Er ist auch lieb. Bei uns, denn wir sind ja alles sehr gut. Aber ich möchte ihn ganz lieb, dass wir so 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 lieb. Ja, Mama, ich bin mal gespannt, ob du das gemacht hast. Ja, das ist ein Martini, aber das ist immer so wichtig. Das ist Rutschland. Aber Martini ist ja Wermut. Ja, und so heißt es dann besser. Ja, das ist abgeleitet vom Martini Cocktail, weil der ist ja auch drin. Das ist ja auch Wermut, was James Bond trinkt. Das ist ja ein Martini Cocktail. Nicht geschüttelt, oder? Nicht geschüttelt, oder? Ja, der ist geschüttelt und ist in der Abfall zu diesem Martini Cocktail. Und Martini ist aber die Marke von den Wermuts. Parallel, das ist ja verschiedene Sachen. Kaffee, Likör, etwas Läuterzucker und ein Espresso. Sehr zum Wohl. Dankeschön. Danke. Um Wohl. So, jetzt. Einmal einen kleinen Brauen, eine Sahne-Sauce und... Kann ich hier mal drücken? Ja, für länger. Sehr gerne. Sehr gerne. Ja, es haut natürlich nicht an. Und dann ist das Spade. Wie ist das Urteil? Mir schmeckt es. Ja, aber ich glaube, du kaffst dich auch, oder? Ja, es hängt ganz unten hin gestanden. Ja. Man kann aber schön die Kaffeezeit mit dem Appellativ verbinden. Ja. Also zwei in einem. Genau. Aber ist eher zu stark. Es wird zu schwarz. Ah, so kann man das auch sehen. Ja. Möchtest du jetzt jemanden lassen? Nein, ich möchte da mal bleiben. Dann würde ich auch gerne eingehen. Nein, das passt gut. Sehr gerne. Ja. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020